Hallihallo und herzlich willkommen natürlich zu uns bei MegaGames. Ja, es ist Zeit wieder für eine neue Kategorie und zwar stelle ich euch diesmal die Kategorie Your Stage vor. Es wird sich natürlich um eine Kategorie handeln, in dem ihr natürlich eure ganzen Gameplays einschicken könnt. Das Ganze handelt sich natürlich dann selbstverständlich um eine Gast-Kommentary-Kategorie. Also schickt uns natürlich eure Gameplays ein, je nachdem was es sich natürlich handeln wird. Ist uns eigentlich scheißegal. Schickt sie uns ein. Die Gameplays sollten natürlich von euch kommentiert sein. Ihr solltet natürlich auch eventuell erwähnen, für was ihr dieses Gameplay eingeschickt habt und warum ihr dieses Gameplay natürlich zu uns, zu Your Stage eingeschickt habt. Wie ihr das einschicken könnt, ja, das sagen wir euch dann natürlich, indem ihr uns erstmal eine PN schickt oder einen Kommentar. Wir melden uns bei euch. Sagen wir euch dann natürlich weiter, wie ihr dieses Video hochladen müsst. Zum Beispiel ungelistet natürlich auf YouTube. Oder ihr könnt es natürlich auch listen. Das ist mir jetzt auch eigentlich gut egal. Weil wir laden uns das Video natürlich dann runterladen, ist bei uns hoch. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon das, was ich über Your Stage sagen wollte. Für euch natürlich die Gegenlegenheit, für die etwas kleineren Kanäle so ein bisschen bekannter zu werden. Ja, ich würde sagen, habt Spaß daran. Lasst euch überraschen für die neuen Features, die wir dann natürlich einbauen werden. Das war's von mir von MegaGames, von Your Stage.